Bhagavad-Gita, erstes Kapitel, Vers 25 In Gegenwart von Bhishma, Drona und allen anderen Herrschern der Welt sagte Rishikesha, der Herr, O Partha, sieh nur all die Kurus, die hier versammelt sind. Erklärung Als Überseele aller Lebewesen konnte Shri Krishna verstehen, was in Arjuna vorging. Der Gebrauch des Wortes Rishikesha in diesem Zusammenhang weist darauf hin, dass er alles wusste. Und auch das Wort Partha oder Sohn Kuntis oder Pritas, das sich auf Arjuna bezieht, ist in ähnlicher Weise bezeichnend. Als Freund wollte er Arjuna darauf hinweisen, dass er eingewilligt hatte, sein Wagenlenker zu sein, weil Arjuna der Sohn Pritas war, der Schwester seines Vaters Vasudeva. Was meint Krishna nun, als er zu Arjuna sagte, betrachte dir die Kurus. Wollte Arjuna sich zurückziehen und nicht kämpfen? Krishna erwartete niemals so etwas von dem Sohn seiner Tante Prita. Das Denken Arjunas wurde auf diese Weise vom Herrn in freundlichem Scherzen enthüllt.